Und damit herzlich willkommen, Freunde. Eine der geflickten Unterhaltungen heute zum ersten wirklichen Halo 5 Video von unserem Kanal. Glaube ich zumindest, wenn das so rauskommt, wie ich denke. Und ja, ich spiele es aber nicht zum ersten Mal, muss ich leider zugeben. Ich habe gestern Nacht schon ordentlich gespielt, ja, Welcome, habe ich mir schon gut durchgelesen. Ich habe ein paar Matches schon gespielt im Multiplayer, habe schon mal einmal Warzone ausprobiert und die ersten zwei Kampagnen-Missionen mir angeschaut. Das heißt, die ersten Let's Play Parts werden auch nicht blind, die ersten ein, zwei. Tut mir wirklich sehr leid, aber ich konnte nicht warten und ich konnte nachts nicht aufnehmen, weil halt hier, glaube ich, meine Mitbewohner nicht stören wollte. Aber gut, wir tun das jetzt. Wir gehen jetzt direkt in die Arena. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz simpel an hier. Ihr seht, ich habe auch noch ein bisschen gespielt. Team Arena, ja, Objective, soweit ich weiß. Hat mir aber bisher sehr, sehr gut gefallen. Deswegen spielen wir das jetzt erstmal in der Runde, würde ich sagen. Und dieser Soundcheck heute, und dieser, ah, es ist so gut. Es hat mir bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und der Hype war echt real, also wirklich, ja. Genau, ich hoffe, wir finden jetzt hier relativ schnell was. So, da wären wir auch wieder. Hat jetzt auch nicht so lange gedauert, aber, naja. Strongholds on the Rigs. Ja, das war auch mein allererstes Match. Boah, und ich hatte schon so ein krasses CTF-Match, Leute. Leute, ich hatte 40 Gills oder so. Und das war total intensiv, weil am Ende war es irgendwie, so, stand es 2 zu 1 und dann, dann hatten wir noch die ganze Zeit die Flag. Und das, ah, es war super krass. Also, ähm, das war schon echt heftig. Ich bin aber auch noch nicht so gut. Ich bin natürlich jetzt, weil ich lange nicht wirklich Halo gespielt habe, natürlich auch nicht wirklich warm. Aber bisher hat es immer gereicht. Aber kommt halt darauf an, was für Gegner wir jetzt hier haben. Wenn die ein bisschen was können, bin ich quasi schon, äh, wahrscheinlich, äh, Mr. Marsch. Strongholds on the Rigs. Oh, yeah. Oh, Gott. Delelele, meh, geh daran, Sauns. Ah, sehr cool. Genau, ich bin übrigens der Chief-like-Typ da links. Ich habe mir die Mark VI mal wieder ausgerüstet. So, ich weiß, dass die jetzt immer auch von hier links schon kommen. So, Rick am Anfang, zumindest hatte ich die Theorie. Strongholds, wer es nicht kennt, wir müssen halt diese Sachen hier einnehmen. Und wer halt 2 hält, der kriegt irgendwie Punkte, soweit ich weiß. Also, wenn wir jetzt hier noch Basement einnehmen, hoffentlich. Ich will nicht hier runterfallen. Oh, Gott. So, Basement einnehmen, dann könnte es gut sein, dass wir punkten. Und die haben die Railgun, das ist schlecht. Oh, wir werden geflankt. Nicht gut, nicht gut. Gib mir mal den Kabiner, dann gehe ich jetzt auch mal in Action. So, Double Kill, nice. Base Defense, Scattershot nehmen wir mit. Ich weiß noch nicht, wo die hier liegt, aber ich, keine Ahnung. Ich weiß, wo die Railgun liegt, aber nicht, wo die Scattershot liegt. Das wird sich alles dann noch zeigen. Genau. Wo stehe ich denn hier? So. Ah, es ist so smooth und so toll. Ah, keine Ahnung, ich bin noch ein bisschen geflasht, deswegen ist es mit denen hier ein bisschen schwierig. Okay, wir haben irgendwas verloren. Ja, oh fuck. Und ich sterbe natürlich noch. Ich dachte irgendwie, der kam von ganz... Ach, Verwirrung, Verwirrung. Chaos. Oh Gott, wie soll das erst werden, wenn wir dann Morse und spielen? Ne, das hier nimmt jetzt bitte nicht auch noch einen. Freunde, ich will eigentlich nie back up. Alter, tötet ihn doch. Goddammit. Bitte werf keine Nett, werf keine Nett, werf keine Nett, werf keine Nett, werf keine Nett. Huh. So. Okay. Wir scoren, das ist gut. Das gefällt mir. Gehen wir erstmal hier weg. Oh. Was nehmen die ein? Oh nein, Nest. Nein. Mein Team-Mate, nein. Sorry. Oh, dich haben wir, dich haben wir. So. Das Aim ist wirklich nicht so einfach, also das stimmt schon, wenn man das sagt. Es ist definitiv nicht leicht. Vor allem im Nahkampf wird es manchmal sehr verwirrend, muss ich sagen. Ist hier irgendwo einer? I don't know. Oh ja. Du musst irgendwo, ah, das ist oben, ne? Ne, wie ja. Hm. Geil. Oh fuck. Fast keine Muni mehr. Nettet erstmal noch ein Teammate tot. Was ist denn mit euch los? Oh, da war einer. Und hinter mir ist natürlich auch einer. Oh Gott, ich, äh, es läuft gerade nicht so gut. Aber gest... Ah. Ich bin auch echt ein bisschen müde, weil ich halt noch ein bisschen die Nacht Halo, äh, fünf gezockt habe. Und tatsächlich heute Abend, äh, heute Abend. Seht ihr, wie verwirrt ich bin? Heute Morgen um acht Uhr nicht heute. Scheiß. Warten, Schatz. Gott, Diamond, nein. Ähm. Hänge Ischmas online. Ja, ja. Immer diese, diese Eddies, die auch um diese Uhrzeit schon Halo suchten. Oh. Oh ja, stimmt. Hier gibt's ja noch Dings, ne? Nein! Boah. Fuck. Ich dachte schon, ich fall hier runter. Oh Gott. Ne. Ne. Ich will jetzt hier fucking Dings haben. Äh, was ist das? Ach, BR Base. Hier gibt's doch dann auch eine BR, ne? Das weiß ich schon. Genau, jetzt habe ich hier, boah, jetzt habe ich hier krass mit, mit Crouch Jump und Dings. So, jetzt habe ich Active Camo. Das ist Spartan Selfie. Oh, komm, weil mich irgend so ein Spasti vom Nest noch angeschossen hat, das ist, äh, äh, das ist echt unglaublich. So, aber keine, also mir ist bisher nichts Nerviges aufgefallen, ich meine, Ground Pound, bla, aber ich, äh, was heißt bla, ich fand's bisher einfach irgendwie null störend. Ich habe, glaube ich, selber einen Kill bisher damit gemacht. Gut, aber ich bin auch nicht so der Typ dafür, der sowas einsetzt. Ich habe Autostands hier in der Luft auch schon ausgestellt, weil mich das echt genervt hat. Jedes Mal, wenn ich ins Visier gegangen bin und gesprungen bin, stand ich halt auch in der Luft, was nicht so mein Ziel war. Und ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt manuell regeln kann. So, und, ähm, ja. Ja, das wird sich aber noch zeigen. Ich denke, das kriegt man alles dann noch raus. Helfen wir ihm hier mal beim Einnehmen. Hoffen, dass hier jetzt keine kommen, die Gegner führen auch. Das gefällt mir auch eigentlich nicht so, ne? Oh Gott, wie viele Nades habt ihr denn? Die scoren schon wieder. Sauerei. Killing Spree, wenigstens das mal. Jetzt haben wir aber leider keine, oder fast keine Bi-Armony mehr. Sollen wir wieder mit der Magnum gucken. Och nö, jetzt nehmen die schon wieder Basement ein. Give me that, äh, Railgun. Gut, das war dann auch der einzige Railgun-Kill, aber gut, immerhin. Fuck. Und ich hab ihn sogar noch gepuncht und dachte, ich hab, das war so voll reflexmäßig. Oh man. Ja Leute, ich bin noch ein... Ich glaub, wir verlieren das. Das ist nicht gut, das gefällt mir gar nicht. Nein, nein, nein! Ähm, gut, ich wurde anscheinend... Was? Wo kam die Plasma-Granate her? Nein, nein! Oh Gott. Es ist, es ist alles... Aber ich hab auch schon so einen Beta-Star bekommen und geschickt. Und, ähm... Ja, die gewinnen jetzt eh, weil wir müssten jetzt zwei Sachen noch einnehmen und wir haben gerade mal jetzt das eine. Jetzt machen die noch die letzten paar Punkte, weil es bis 100 geht und dann war's das schon. Außer wir nehmen jetzt noch ganz schnell Basement an. Los Leute, los, los, Comeback-Time! Jetzt noch schnell das andere, das dritte hier einnehmen. Oh, ich sollte nicht drinnen, ich... Meine Schilder laden sich nicht. Oh, oh. Oh, wo kam er denn jetzt wieder her? Immer wenn ich in dieser Ecke bin, ist es übelst verwirrend, weil irgendein... Keine Ahnung, es kommt immer irgendjemand von irgendeiner letzten Ecke. Nein, die dürfen Nest nicht einnehmen. Leute, wir haben verloren. Weil dann... Ja, jetzt haben wir verloren. Ja, well done. Nun gut, aber es war ein Spiel, das ist... Wert war, gezeigt zu werden. Ja, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich war nicht super scheiße. Wir haben zwar verloren, aber ich hab ja auch... Bin auch ein bisschen auf Objective gegangen, immerhin. So, wie kann ich jetzt hier nochmal meine Stats sehen? Garnage Report. Stronghold Captures 8 war ich sogar mit am meisten noch. Okay. Nein, ich möchte... Kills. Ja, gut. Plus 7, 30. Das ist ein Massaker. Ne? Wo steht die Highest Spree? Steht lieber Perfect Kills inzwischen. Gut. Aber das war's mit diesem Match. Das nächste gibt's dann im nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Bye. � Vielen Dank.